Dann nominiere ich den Chef unseres Hauptsponsors, den Vorstandsvorsitzenden vom VW, Dr. Martin Winterkorn. Der sitzt jetzt zu Hause in der Sauna und wird in sich zusammengesunken sein. Und ich nominiere meinen lieben Freund aus der Bundesliga, den Vorstandsvorsitzenden von Eintracht Frankfurt, Heribert Bruchheim. So, das hast du davon. Und jetzt geht's los, oder? Also, komm, weil sie dann das Amt ist, es wird furchtbar. Viel Spaß! Ja! Ja! Ich muss weg, ich muss weg. Oh, du warst großartig. Hat auch viel Freude gemacht. Da sind wir schon vom Sender, da sind wir immer noch auf dem Sender. Herzlichen Dank dafür, dass ihr da wart. Kommt bald wieder, ich komme erst in einer Woche. Tschüss! Das ist ja, da ist ja, da sind wir noch auf dem Sender. Vielen Dank.